Was sich lange angebahnt hat, ist jetzt mittlerweile fast beschlossene Sache. Klar, die Vereine müssen noch verhandeln, aber dass Jude Bellingham zu Real Madrid wechseln wird, ist auf jeden Fall so gut wie sicher, beziehungsweise vor allem, dass er den BVB verlassen wird. Und genau darum soll es sich heute handeln, denn ich habe 10 mögliche Bellingham-Nachfolger rausgesucht. Zunächst einmal, was die Position angeht, gab es ja jetzt Gerüchte um Edson Alvarez, da habe ich schon ein Video gemacht und gesagt, dass man eher einen Achter wie einen Sechser braucht. Deshalb habe ich hier nur Achter, beziehungsweise offensivere Mittelfeldspieler rausgesucht. Und ich finde auch, es sind eben weitere zentrale Mittelfeldspieler notwendig, weil Özcan ist zum einen zwar physisch stark, aber in den wichtigen Spielen fehlt es ihm oft so ein bisschen an der spielerischen Qualität. Während es eben bei Guerrero, der jetzt auch häufiger mal auf der 8 gespielt hat, genau andersherum ist. Er hat zwar die spielerische Qualität auf einem richtig guten Niveau, aber es halt eben physisch jetzt nicht unbedingt ganz so stark, dass er sich da gegen Top-Spieler durchsetzen kann, wenn die eine andere Physis mitbringen. Ich habe mir mehrere Kandidaten angeschaut, habe jetzt eben meine Top-Ten rausgesucht, aber eben auch nur Spieler, die realistisch sind, weil zum Beispiel Gündogan hätte ich dann doch eher unrealistisch gefunden. Vielleicht gibt es eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, aber es dann doch zu unwahrscheinlich, dass ich den hier präsentieren möchte. Die 10 Optionen sind aber in einer willkürlichen Reihenfolge, also da habe ich nichts nach meiner Präferenz sortiert, sondern einfach ein paar Optionen, die ich allesamt recht gut finde. Ich nenne jetzt einfach die Namen, was es für ein Spielertyp ist und was für oder gegen einen Transfer spricht. Fangen wir an mit Juri Thielemans und da haben wir vor allem einen richtigen Allrounder, den ich aber doch eher als Spielmacher bezeichnen würde. Sein Vertrag bei Leicester läuft aus, die steigen ohnehin vielleicht ab, aber ist ja vollkommen egal, man könnte ihn eben ablösefrei verpflichten und hätte da einen Top-Achter, der sowohl offensiv als auch defensiv seinen Beitrag leisten könnte, wenn gleich er eben nicht der allerschnellste ist, aber dennoch schon über eine große Erfahrung verfügt. Orkun Kökçü ist türkischer Nationalspieler, ist aber in den Niederlanden aufgewachsen und überragt gerade alles bei Feyenoord Rotterdam, bei denen er mit nur 22 Jahren schon Kapitän ist. Vom Spielertyp her ist er ähnlich wie Bellingham extrem offensiv steig und liefert vor allem offensiv extrem viel, ist aber gegen den Ball nicht ganz so steig, aber das kommt ja Bellingham recht ähnlich. Zudem ist er ein extrem guter Distanzschütze und hat eine extrem gute Technik und auch ein gutes Aufbauspiel. Enzo Lefay ist eigentlich recht ähnlich zu Thielemans, nur halt deutlich jünger und dementsprechend noch mit viel mehr Entwicklungspotenzial. Man kann ihn auch so ein bisschen als Spielmacher beschreiben, kann auch offensives Mittelfeld spielen, kann aber auch je nachdem in einer Box-to-Box-Rolle spielen, also er ist extrem vielseitig, hat ein extrem gutes Passspiel, also das ist auf jeden Fall das, was am meisten bei ihm herausragt, aber ist halt eben auch gegen den Ball extrem gut und engagiert und könnte auf jeden Fall ein weiteres Talent für den BVB sein. Branko van den Bomen ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der aktuellen Saison. Gerade mit Toulouse den Pokal gewonnen, ist er laut Sofa-Score mit der beste Spieler in der Liga A nach eben Mbappé und Messi, ist ein richtig krasser Kreativspieler auf der Acht, der herausragende Standard schlägt, extrem stark, nach Freistößen hat er viele direkt gemacht, auch gegen Donnarumma zuletzt und vor allem sein Passspiel ist halt extrem stark als Kreativspieler, auch wenn er gegen den Ball nicht ganz so stark ist, aber immerhin noch besser wie zum Beispiel Bellingham oder Köktschü. Und das Wichtigste, muss ich gerade noch ergänzen, habe ich vergessen, er wäre ablösefrei zu haben, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Gabriel Vega hat diese Saison seinen Durchbruch gefeiert bei Celta Vigo. Bei ihm ist so ein bisschen das Problem, dass er fast schon zu groß bzw. zu teuer werden könnte, denn mittlerweile ist auch Real an ihm interessiert. Ich hatte ihn jetzt halt schon länger auf der Liste, da er mir eben schon früher aufgefallen ist, ist ein extrem guter Box-to-Box-Spieler, hat einen guten Distanzschuss, so auch einige Tore erzielt diese Saison. Sein Passspiel ist vielleicht ein bisschen ausbaufähig, aber er wäre auch eine interessante Option, der aber mittlerweile wohl durch seinen Hype ein bisschen zu überteuert wäre. Joey Fährmann ist eine meiner absoluten Lieblingslösungen, denn er schwimmt schon so ein bisschen unter dem Radar bei PSV Eindhoven, denn meiner Meinung nach ist er da der Dreh- und Angelpunkt. Er ist ein Kreativspieler, kann 8er, 10er spielen und er ist derjenige, der das Spiel unter Trainer Ruth van Nistelrooy eben kontrolliert. Extrem gutes Passspiel, aber auch gegen den Ball lieferte er seinen Mehrwert und vor allem offensiv viele Vorlagen, aber auch Tore, wenn er mal in die Box mit reingeht und er ist wirklich sehr unter dem Radar, aber ich würde ihn extrem feiern. 14 Millionen Marktwert, also vielleicht auch gar nicht so teuer wie die anderen Kandidaten hier und dementsprechend definitiv sehr interessant. Thüram, und damit meine ich nicht Marcus Thüram, sondern seinen Bruder Kefrem Thüram, ist eben ein extrem dynamischer Achter, der auch häufig links außen spielt gerade bei Nizza, aber hat definitiv die nötigen Fähigkeiten, die es mit sich bringt. Vor allem offensiv hat er einen extremen Output, hat viele progressive Läufe, also kann den Ball gut nach vorne tragen und ist dann eben auch torgefährlich. Aber wie bei Veiga ist es bei ihm so ein bisschen schwierig, denn auch PSG scheint an ihm interessiert zu sein und mit einem Marktwert von 32 Millionen könnte es dann doch recht schwierig werden. Mein nächster Kandidat ist Yunus Musa von Valencia und da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, inwiefern er direkt helfen kann, denn bei Valencia ist er zwar Stammspieler, aber die spielen natürlich so ein bisschen um den Abstieg. Zu seinen Stärken zählen auch vor allem die progressiven Läufe, also er treibt auch den Ball gut nach vorne, ist auch recht Kopfballsteig, hat eine recht gute Physis, aber ich weiß nicht, ob er schon die Qualität hat, aber mit gerade mal 20 Jahren schon Stammspieler in der La Liga, also das Potenzial hat er auf jeden Fall, aber ich weiß halt nicht, inwiefern er eine Soforthilfe sein könnte, auch wenn er eine gute WM gespielt hat für die USA. Mohamed Kudus ist ja auch schon lange ein Gerücht und ich persönlich sehe ihn nicht unbedingt auf der Acht, auch wenn er das natürlich spielen kann. Ich sehe ihn eher auf dem Flügel bzw. als hängende Spitze, dennoch wäre es natürlich eine extrem interessante Lösung, weil ihm zuzuschauen ist einfach immer ein purer Genuss und mit ihm wäre man natürlich auch so ein bisschen flexibel, könnte durchaus besser rotieren im eigenen Positionsspiel, dann geht er mal auf den Flügel, geht mal weiter nach vorne, also das wäre auch eine interessante Lösung und möchte ich auch einfach mal genannt haben. Matteo Kovacic scheint auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unrealistisch, habe ich vor kurzem auch mal gesagt, eher so als ein Witz, aber desto länger ich darüber nachgedacht habe, fände ich das doch durchaus interessant, denn Chelsea muss Spieler verkaufen, würden ihn wohl für ca. 40 Millionen abgeben, klar ist viel, aber Dortmund könnte es sich leisten mit den Bellingham-Millionen, er hat ein extrem gutes Passspiel, ist ein guter Trippler und also spielerisch passt er definitiv rein und von der Qualität her würde er sie extrem verstärken, was aber zudem dafür spricht und was auf noch keinen Kandidaten in der Liste ja zugetroffen ist, ist, dass er Deutsch spricht, ist er in Österreich aufgewachsen und dementsprechend fände ich das extrem interessant, bringt dann halt eben eine extreme Führungsqualität mit, mit extrem viel Erfahrung vier Champions-League-Titel gewonnen und kann das Ganze dann eben auch auf seiner Heimatsprache vermitteln. Das also soweit meine Top 10 Kandidaten für das zentrale Mittelfeld für Borussia Dortmund als Bellingham-Ersatz. Klar, ich habe da auch einige ausgelassen, zum Beispiel ein Cornet von Gladbach wäre auch eine Möglichkeit, aber ja, ich habe jetzt mal die 10 genommen, von denen ich am meisten überzeugt war, ihr habt sicherlich rausgehört von dem einen mehr, von dem anderen weniger, aber lasst mich gerne eure Meinung zu den Kandidaten in den Kommentaren wissen oder auch wenn ihr noch weitere Kandidaten oder Vorschläge habt, zu denen ich jetzt gar nichts gesagt habe, würde mich auch interessieren, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!